das ist leid, das hat auch angemessen. So, Linie vorwärts Marsch! Weg die Linie vorwärts! Los, kommt alle in die Linie rein! Los, 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 wir haben keine Zeit! Bebel, wommen! Bewegt dich! Ja, dropp den Siebel im Laufen! What the fuck? Oh, nicht! Die müssen nicht sein. Genau. Das ist ein Fein, das ist ein Fein, das ist ein Fein, das ist ein Fein, sondern... Das ist einer sagte, das ist klar. Da kommt die Linie von rechts. Echt? Ja. Okay, gut, Glock-Informationen ausführen! Und auf die Linie feiern! PTS? Ja. Ich war gerade auf K. Seid ihr den gleichen Wunsch aufgelaufen? Los, bleibt jetzt in Formation endlich! Und nicht auf den Offizier schießen! Ähm... Das geht nicht gut aus. Nein? Zu dich geht das nicht gut aus? Nein? Nein? Nicht auf den Offizier schießen! Wow! Meiner! So! Bitte jetzt? Jetzt Charged! Komm, noch mehr! Bisschen verloren! Ach, scheiße! Wie scheiße! Rückzug! Ne... Ja doch! Kämpft zum Tode! Bin ich auf den Marken mitgenommen? Komm, Johannes! Macho! Ja, den Offizier hab ich ungebrochen! Oh! Und ich sterb der nicht! Du du Sau! Du wirst für die Kameraden! Klappe! Oha, ich hab schon drei! Schade! Ich hab zwei ungebrochen! Du, bitte! Schade! Heiser sein! Also, nochmal zu den Ländern hinten! Ach so! Ja, ist auch stehen geblieben vorhin! Oh, Blaubeer! Bitte! Verdammung ist! Der ist auch ein bisschen zu LAUGHTER Verdammung- Er hat vier Leute gekillt, also bitte. Ja, und dann wurde ihm schon geschossen. Sogar Blaubeer war dazwischen, könnte das sein. Ja, ich hab den Unbeer dabei auch gecharged. Also Leute, ihr habt sehr gut gecharged. Ich hab total ge-failed, weil ich zu viel auf die Pistole gesetzt hatte. Oh, Scheiße. Vitya ist geil. Vitya hat die getrillt bis zum Gehtnimmer. Ah, die Artillerie geht jetzt auf den Hügel. Genau, werft euer Messer weg. Und nicht springen. Halt dich! Ja. Glami, halt dich mal in die HsR. Ich bleib jetzt hier oben. Auf, festgehängt. Der Offizier von ihm war echt schlecht. So, lockere Formation ausführen. Ein bisschen anstrengend über den Gegner. Oh, jetzt laufen sie rechts rüber. Können wir ja weiter vorrücken, oder? Linie hinter mir. Ja. Los, abrücken. Kacke. Eine Sekunde, Afka. Okay, Linie hinter mir. Linie hinter mir. Ach, die Ungeduldigen. Ach so, Jens. Er hat doch gesagt, eine Sekunde. Linie halt. Hast du eine Minute gehört? Ja, nein, nein, nein. So, Linie. Fahrwärts Marsch. Ach. Ja, warte. Ich mach jetzt so mit. Ist egal. Komm. Linie halt. Ich bin tiefsversammlung. Gut, Linie fahrwärts Marsch. Linie fahrwärts Marsch. Ich weiß, warum sie da lang laufen. Ähm, die haben da Arti-Schutz, ne? Bis wegen. Linie halt. Wo ist denn Ihre Artillerie? Und da, wo sie eben standet. Und das ist wo? Das ist eine gute Frage. Unser bis hinten. Wieso dürfen die sich so frei über das Feld bewegen? Und wir sind in unserer Basis? Okay, habt ihr Lust auf Landwehr loszugehen? Hallo. Zickzack rechts von mir. Zickzack rechts von mir. Zack, zack, zack. Mama, du blöd hast dich gekult. Zicke, 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 zack, 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 zack. Und Feuer, soweit ihr in der Linie seid. Oh, ich seh nix. Einziges Glück. Wir seh nix, Flemmi. Lies einfach durch den scheiß Bursch. Kniet euch da drunter. Lockere Formation ausführen. Also macht etwas lockerer. Nach links auch. Und weiter Feuer frei. Von links, komm. Jetzt kommt noch Landwehr. Links, Gegner. Was? Links sind noch Verbündete? Die laufen Gegner. Nein, vor uns. So, ja schon. Schießt auf die stehenden, oder auf die laufenden, je nachdem wie sie klopfen. Die wollen hier ran. Die wollen hier ran. Gut, die Formation umkehren. Äh, umdrehen, Rückzug. Sofort. Rückzug, weg. Mann, hoch. Einfach das... Liegen hier hinter mir. Warum kann ich nochmal um den Feld nicht öffnen? Wir haben nicht nachgelassen. Lockere Formation ausführen. Das LB wird heute aufgenommen. Von mir, ich weiß. Nee, auch von... Äh, dem... ...HP-Korps. Ninja Bushido. Auf und schießen? Ja, Feuer frei. Muss mal noch aufrücken. Ach, kommt Leute, jetzt trefft's auf. Sind nicht so leicht auf diese Entfernung. Oh, wo sind diese, wo sind die denn? Hm. Okay, Feuer einstellen. Der ist nicht genau vor. Nach dem Nachladen liegen hier hinter mir. Da kommt ne Kaff von rechts. Das ist keine Kaff, das ist Infanterie. Lockere Formation rechts von mir. Das ist ne Kaff. Dahinter ist die Kaff. Das ist nicht euer Ernst, oder? Doch. Warum muss das ihr nochmal... Okay, jetzt feuert! Feuert! Treffen. Ist das Stichwort. Offentieren. Das ist eigentlich keine lockere Formation. Ja. Das sieht immer noch nach Skirmischen aus, oder nein? Ja. Feuert einstellen. Nach dem... Ja. Ne, die liegen hier hinter mir. Ich fahrwärts Marsch. Jawohl, die Flanken werden ungeschützt. Genau, hier lockere Formationen ausführen und auf die da hinten schießen. Verkriechen Sie jetzt die Jäger hinterm Baum? Lockere Formationen, bitte. Locker genug machen, bitte. Ja, das ist noch zu weit weg. Du musst halt ein bisschen höher zählen. Bis gut. Außerdem, auf diese Weise sind die Jäger beschäftigt. Und wenn sie hier auf uns schießen, heißt es nicht, dass sie auf eine Linie schießen. Heißt es, dass sie nicht auf eine Linie schießen. Ja, die bewegen sich die ganze Zeit. Ja, dann können sie nicht lachlachen. Hoffentlich. Die schießen auf uns. Ja, nie. Was ist? Feuer einstellen. Hoffentlich. Oha. 3-0 Hanspeter. Na ja, der ist nicht schlecht. 3-0. Unser Kap, die macht das. Was machst du hier, Landpiks? 3-0. Wer hat gesagt, ihr sollt eine Linie hinter mir bilden? Leute, zurück auf Position. Abschluss. Wer hat gesagt, ihr sollt einen liegen hier hinter mir bilden? Wer hat das gesagt? Ich muss weg, ja. Das haben wir gegen Stürmel. Übrigens nicht feuern. Leute. Er muss... Ja, aber Alt-F4 ist nicht der Knopf zum Feuern. Ähm. Ja. Ich seh's aber... Was denkt ihr? Wie lange dauert das Land? Wie lange dauert das Land? Linie hinter mir. Das ist erst die zweite Runde. Linie hinter mir. Vorwärts Marsch. Oh, 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 oh. Leichte Formation. Wartet. Oh, scheiße. Oh, jetzt kommt auch was, ne? Na so. Leute, Linie. Nein, das ist jetzt eigentlich egal. Warum verlaufen wir hier so langsam? Ist hier Matsch? Ja. So, lockere Formation ausführen. Ein Stückchen den Hügel rauf vielleicht. Und feiert. Jetzt sind sie weg. Aber da sind noch welche, auf die ihr schießen könnt. Da kommt nur die Köpfe raus. Sonst lauft den Hügel ein Stückchen hoch, wenn ihr niemanden mehr seht. Aber jetzt da, jetzt steht sie. Das war jetzt hier los, Alter. Oh, Mann. Unten im Tal, unten im Tal auf welche? In welchem Tal? Hier unten. Rechts in uns. Falsche Richtung, hinter dir. Rechts von uns? Ja, hier unten. Da ist dann eine ganze Linie von uns noch. Nee, unten im Tal ist schon. Oh, ein bisschen mehr. Hinter uns? Nein. Äh, da kommt noch eine riesen Linie von rechts. Schießt einfach, Leute. Bleibt hier auf dem Hügel, wo die Artillerie ist, und schießt. Seht ihr da die Linie? Ganz dicht und kompakt stehen. Die könnt ihr jetzt treffen. Ja, die da stehen. Was ist denn? Hatsache. Wie hast du geschossen? Ein bisschen über den Kopf. Mit den unteren beiden? Ja, mit dem geschlossenen Punkt. Okay, jetzt sind sie weg. Also, wenn du mit den unteren beiden Punkten ein bisschen über den Kopf zählst, das ist die Distanzpunkt. Also, die kommen schon ganz immer an mir ran. Okay, Leute. Ja. Ah, sauber. Ja. Vollartig. Ich sehe keine Ziele. Auch da. Da unten. Okay, wartet. Kommt mal zurück. Kommt mal zurück. Hier, zu dem Baum. Noch ein Stück um den Hügel hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Verziert euch mal so, dass ihr nicht mehr euren gesamten Körper präsentiert. Und nicht... Ist so dicht. Ach, den Mund! Links von uns! Links, links, links! Dreh dich nach links! Oh! Oh, Name! Ja, du kannst für vor der Welt. Weiter feiern! Charged! 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 Der Blowback ist still. Ja! 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 Sauber! Hoch, hoch! Hoch wieder! Fuck! Sorry! Kaff! 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 Von hinten! Wo? Nicht auf die Kaff konzentrieren! Aber auch nicht... Naja, ignorieren. Der Schöne ist noch ein Kaff! Der Schöne ist noch ein Kaff! Schöne! Schöne! Ach! Ärgerlich! Ha! Unsere Kaff läuft zu fünft oder zu sechst durch den Wald! Mit Beschwertern! Ja! Ihre Pferde sind halt nicht so gut wie ihre Reiter! Ja! Ist das geil! So, so, Säbelarmee! Und was machen die noch? Die, die... Die Charged! Die chargen dich doch nur! Nein, jetzt wollen die schießen! Gott schütze Kaiser! Gott schütze Kaiser! Echt hier! Ach, jetzt schießen die! Was für zwei vier Minuten! Ganz ehrlich! Die haben Angst, dass sie die Mühler verlieren! Möchte halt gewinnen! Ha! Na stimmt... Jetzt hat er uns gelaufen! Den hab ich gelaufen! Hahaha! Alter! Alter! Wie wir verlusten die gegen die Augen! Ja, ich glaub, es wär eingebracht zu schießen! Haha! Herr Körling! Aah!